Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Pressebriefing der Landesregierung in der Staatskanzlei mit Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Das Thema ist die neue Corona-Schutzverordnung. Herr Minister. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie immer erst einmal von mir wieder die wichtigsten Zahlen der heutigen Leere von Corona in Nordrhein-Westfalen. Wir haben heute eine Wocheninzidenz von 249. Das ist eine Zunahme von gestern um 19,9 Punkte. Also schon ein gewaltiger Sprung, das muss man ganz klar sagen. Beim Bund ist die gleiche Inzidenz zurzeit bei rund 400, 399,9. Wir haben einen R-Faktor von 1,12. Das ist ein Zeichen dafür, dass das nicht runtergeht. Wir müssen da bei 1 sein, damit sich die Dinge dann aufgrund der hohen Durchimpfungsrate nach unten bewegt. Wir haben eine Situation beim Impfen. Das sind zwei Dinge, finde ich, interessant. Einmal haben wir gestern, also Montag, 19.403 Erstimpfungen gehabt. Wir hatten in den letzten Wochen immer, auch im Durchschnitt der letzten Vorwoche, am Tag 7.000, gut 7.000 Erstimpfungen. Also ich hoffe, dass diese Sache, dass es statt 7.000 knapp 20.000 sind, nicht eine Eintagsfliege ist. Gucken wir natürlich jetzt morgen, übermorgen, die ganze Woche sehr genau hin, was sich da entwickelt. Und wir hatten gestern 126.168 Auffrischungsimpfungen. Das ist auch etwa die Zahl, die wir jeden Tag brauchen, um genauso viele Auffrischungsimpfungen zu machen, die wir vor sechs Monaten an Zweitimpfungen in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. Die Sache mit den Testungen sieht so aus, dass wir bei den Testungen zurzeit eine Trefferquote von 1,6 Prozent haben. Das sind die kostenlosen Teste in den Bürgertestungen. Und das heißt, dass wir bei den vielen Testen, die wir jetzt machen, wir haben am Freitag zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 286.000 Teste gehabt. Wir haben am Samstag 332.000 Teste gehabt, am Sonntag 250.000 Teste. Und Sie müssen ja vorne sehen, wenn wir eine Durchimpfungsrate haben der Menschen zwischen 18 und 60, also nehmen wir mal das Alter, was in der Regel berufstätig ist, dann haben wir in Nordrhein-Westfalen rund gut eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht geimpft sind. Die werden aber ab morgen jeden Tag getestet. Das heißt, wir kriegen alleine durch die Testungen, dass man nur seine Arbeit aufnehmen kann als ungeimpfter Mensch. Eine Million Teste schätze ich etwa am Tag. Das ist natürlich jetzt über den Daumen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute davon Heimarbeit haben und so. Aber das sind natürlich schon Testzahlen. Die sind gewaltig. In unserer Statistik gibt es eigentlich nur einen Tag. Damals, wo wir die 7.000 Testzentren hatten, wo wir mal an einem Tag 850.000 POC-Teste, also Bürerteste letzten Endes hatten. So, jetzt muss man aber gar nicht um die Situation Krankenhäuser. Es ist so, dass wir in Nordrhein-Westfalen einfach jetzt nur die nackten Zahlen zurzeit 2.415 Menschen in den Krankenhäusern haben wegen Covid. Davon 546 auf der Intensivstation und 317 in den Beatmungsmöglichkeiten. Wir haben zurzeit eine Hospitalisierungsindikator von 4,22. Auch da ist die Entwicklung so, dass auch bei uns in Nordrhein-Westfalen die Situation in den Krankenhäusern die Problematik zunimmt. Ich würde auch mal sagen, ernster wird. Auf der anderen Seite haben wir noch 571 Intensivbetten, stand heute frei und 377 mit Beatmung. Aber wir müssen ganz da sehen, dass wenn diese Dynamik weitergehen würde, wir auch nicht ausschließen können, dass wir auch in nordrhein-westfälischen Krankenhäusern wieder zu der Frage kommen, ob elektive Eingriffe verschoben werden müssen im großen Umfang. Und das gilt es ja, wenn es eben geht, auch zu verhindern. Und deswegen tritt mit dem morgigen Tag auch eine neue Kronerschutzverordnung in Kraft, die eigentlich einfach erklärt ist. Wir haben eigentlich in dem gesamten Freizeitbereich eine Regelung, dass dort 2G gilt. Das heißt, dass dieser Bereich, ob nun Restaurants oder auch andere Veranstaltungen, Weihnachtsmärkte und so weiter, nur noch Theater, Kinos, Tierparks, Schwimmbäder, nur noch Menschen dahin gehen können, die genesen sind oder geimpft sind. Wir haben dann eine Regelung 2G+. Das gilt im Grunde genommen für den gesamten Bereich, wo wir eine Situation haben, dass Menschen sich sehr eng begehen. Das gilt vor allen Dingen für Tanzveranstaltungen, für Bars, für Diskotheken und so weiter. Und natürlich auch für die Veranstaltungen, wo geschunkelt wird, damit natürlich die Karnevalsveranstaltungen. Das ist, es gibt dann eine, wir haben dann eine 3G-Regelung, das wissen Sie generell auf der Arbeit. Das ist ja auch vom Bundestag so entschieden worden, dass die Arbeitnehmer eine Auskunftspflicht an den Arbeitgeber haben, ihren Impfstatus ihm zu sagen. Und diejenigen, die nicht geimpft sind, müssen halt jeden Morgen oder immer dann vor Arbeitsbeginn einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Und das muss auch täglich kontrolliert und dokumentiert werden. Natürlich nicht für die Geimpften, da ändert sich der Status ja nicht jeden Tag, sondern für die Nicht-Geimpften. Wir haben 3G-Regelungen dann nochmal bei Hochschulbetriebenen, bei Hochschul, bei den Bibliotheken an den Universitäten, bei den Hochschulmensen. Die 3G-Regelung gilt auch für kommunale Gremien. Sie gilt auch für Beerdigungen und standesamtliche Trauungen. Und was sicherlich die Menschen öfters brauchen. Wir haben auch eine 3G-Regelung bei den Friseuren. Das heißt, die Menschen, die nicht geimpft sind, können mit einem tagesaktuellen Corona-Test auch weiterhin zum Friseur gehen. Gleiches gilt auch für die medizinische Fußpflege. Wir haben sie für nicht-touristische Übernachtungen. Das heißt also für Menschen, die eine Situation haben, dass sie wegen ihrer Arbeit übernachten müssen, ist dieses auch mit einer 3G-Regelung möglich. Das heißt im Grunde genommen, dass man für das ganz normale Leben sagen kann, dass Menschen, die nicht geimpft sind, im Grunde genommen noch in die Geschäfte gehen können und ansonsten im Bereich außerhalb der Arbeit weitestgehend von gesellschaftlichen Veranstaltungen ausgeschlossen sind. Und das lässt sich auch aus meiner Sicht rechtfertigen, weil wir es natürlich nach wie vor vor allen Dingen auf unseren Intensivstationen mit einer Pandemie der Nicht-Geimpften zu tun haben. Der Prozentsatz derer, die eine starke, intensive medizinische Betreuung wegen einer Covid-Erkrankung brauchen, sind in aller Regel der Fälle nicht geimpfte Menschen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe auch, dass diese Maßnahmen ein Stück dazu beitragen, dass einfach Menschen nochmal überlegen, ob ihre ablehnende Haltung zum Impfen wirklich verantwortbar ist. Es gibt ja sowohl aus der Wissenschaft wie aber ja auch aus den Kirchen und so ganz viele Leute, die auch nicht nur aus gesundheitlichen und medizinischen Gründen, sondern auch aus moralischen Gründen sagen, dass es nicht verantwortbar ist, sich nicht impfen zu lassen, wenn es die Möglichkeit des gesundheitlichen Zustandes her gäbe, sich problemlos impfen zu lassen. So, das ist heute Morgen aus meiner Sicht die neue Krone-Schutz-Verordnung. Sie ist eigentlich sehr unkompliziert. Wir werden auch im Kabinett heute und in den nächsten Tagen darüber reden, wie wir die Kommunen auch unterstützen können, dass das, was hier drin steht, insbesondere die 2G-Regelung auch stärker kontrolliert wird. Es ist ja so, dass das Rufen nach schärferen Maßnahmen immer das eine ist. Das Kontrollieren der Maßnahmen, die wir erlassen, eine ganz wichtige Aufgabe ist. Wir werden das natürlich nie zu 100 Prozent können. Das wollen wir auch gar nicht. Aber es muss natürlich schon so sein, dass jeder weiß, wenn er sich als Nicht-Geimpfter irgendwo hingeht, dann muss er das Risiko haben, dass es rauskommt. Und dann hat es natürlich auch mit Strafen zu tun, die wir ja auch nochmal wieder in einem Bußgeldkatalog erheblich verändert haben. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Minister, herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt hier zu den Fragen. Herr Minister, ich habe eine Frage. Sie haben jetzt ja die 2G- und 2G-Plus-Regeln vorgestellt. Sind die denn wie nach dem Bund-Länder-Beschluss an die Hospitalisierungsrate gebunden, also 3, 6, 9? Oder gilt das ab sofort, egal welche Rate hier gerade steht? Das gilt ab sofort in ganz Nordrhein-Westfalen, so wie wir es jetzt beschlossen haben. Also Sie haben im normalen Restaurant halt 2G. Sie haben in einer Diskothek 2G-Plus, um mal in den verwandten Bereichen zu bleiben. Und das hat mit Hospitalisierungsraten in Nordrhein-Westfalen gar nichts zu tun. Wenn die Hospitalisierungsrate über einen bestimmten Wert steigt, über 6, dann stellt sich für das Kabinett eine Frage, was dann zu tun ist. Klar. Herr Minister, gibt es Erkenntnisse, dass der Karnevalsauftakt am 11.11. insbesondere in Köln und auch in Düsseldorf doch ein Pandemietreiber war? Meine erste Frage. Danke. Nein. Nein. Also wir können das, wir haben uns das natürlich über das LZG auch angeguckt. Wir haben uns das im Übrigen auch im Kreis Soest für die Allerheiligen-Kirmis, die ja eine der größten Innenstadt-Kirmissen ist, angeguckt. Das kann man so nicht sagen. Das Problem ist natürlich auch bei den Karnevalsauftakten, natürlich hier an der Düsseldorf und Köln. Das war bei Soest natürlich auch so, dass bei so vielen Menschen natürlich die Wohnorte sich auch nicht immer Köln und Düsseldorf zuschlagen lassen. Von daher ist auch das genaue Angucken nicht ganz, ich finde man kriegt einen Eindruck, aber man kriegt keine evident basierten Zahlen, um das mal so zu sagen, dass man sagen kann, eine solche Veranstaltung hat die und die Auswirkung. Das kann man nicht machen. Und Sie hatten ja auch, Sie wissen ja auch, dass die Kommunen in beiden Fällen sehr vernünftig reagiert haben mit 2G-Regelungen, die sie ja in kommunalen Verfügungen erlassen haben. Punkt. Also wir haben jetzt ja ganz klar geregelt für alle Karnevalsveranstaltungen, wenn sie denn stattfinden, Ausstand von heute, eine 2G-Regelung. Und bei Karnevalsveranstaltungen nach innen, wo diese Schunkelveranstaltungen sind, haben wir ja sogar 2G-Plus. Also haben wir quasi genauso behandelt wie eine Tanzveranstaltung. Noch eine Frage zu den Booster-Impfungen. Die über 70-Jährigen hatten Sie ja angeschrieben. In anderen Ländern werden Menschen per SMS darüber informiert, wann sie dran sind. Jetzt zeigt sich ja, dass bestimmte Impfstoffe wie Johnson & Johnson beispielsweise nicht so lange schützen. Was ist mit denen, die in den besonderen Impfaktionen geimpft waren, in sozial benachteiligten Stadtteilen, Obdachlose, sowas. Und auch was ist mit Lehrkräften und Erzieherinnen, die ja sehr frühzeitig geimpft worden sind? Also es gilt bei diesen ganzen Impfungen grundsätzlich erstmal für die Impfstoffe außer Johnson & Johnson, dass wir den Menschen ganz klar sagen, kümmert euch bitte, wenn die Zweitimpfung sechs Monate her ist oder um die sechs Monate her ist ohne Impftermie. Das ist ja allgemeines Wissensgut, was zurzeit gilt. Und bei den Johnson & Johnson verimpften Menschen gilt natürlich, dass wir denen sagen, komm bitte vorher. Weil der Wirkstoff sich herausgestellt hat, dass diese eine Impfung eben nicht so lange den Schutz gewährleistet. Das ist ja auch bekannt. So und jetzt ist es natürlich, wir haben in Nordrhein-Westfalen natürlich mit Johnson & Johnson, wie alle anderen Bundesländer auch, es lag ja auf der Hand, weil man nur einmal impfen muss, zum Beispiel auch sehr stark Menschen geimpft, die zum Beispiel keinen festen Wohnsitz haben und ähnliches. Da ist natürlich die jetzt wieder einzuladen, nicht einfach. Deswegen ist eben wichtig, dass die Gesundheitsämter quasi wieder an die Stellen gehen, wo sie damals waren. Bestimmte Unterkünfte, bestimmte Treffpunkte, wo man diese Menschen trifft und das wird auch gemacht. Dann haben wir uns eine Frage per Mail erreicht. Ich muss es mal nacheinander abzuarbeiten. Von der Bildzahlung fragt Peter Könensken. Welchen Status haben eigentlich die Mitarbeiter der Bluten auf Weihnachtsmärkten? Sie verkaufen einerseits gewandte Wandel, so Herr Könensken, an Kunden, die einen 2G-Nachweis erbringen müssen, brauchen nach eigenen Angaben. Selber nur getestet sein. Wie passt das zusammen? Bleibt das so und wird über eine Änderung nachgedacht? Nein, es ist so, dass auf Weihnachtsmärkten die Mitarbeiter genau der gleichen Regel unterliegen, wie alle anderen Mitarbeiter auch, auch wie Kellner in den Gaststätten. Da gilt die 3G-Regelung. Und das hat natürlich auch wieder mit der Frage der freien Berufsausübung zu tun und Maskenpflicht. Also die Besucher eines Weihnachtsmarktes haben auch eine Maskenpflicht, außer wenn sie irgendwo sitzen, wo sie Getränke und Speisen aufnehmen. Sonst sind ja die Weihnachtsmärkte in der Regel von den Kommunen auch mit Maskenpflicht versehen worden. Dann daran anknüpfen, fragt Herr Könensken nochmal nach dezentralen, also zerstreuten Weihnachtsmärkten. Er schreibt, die Besitzer vieler dezentral Aufgebauter über die jeweilige City und den Fußgängerzonen verstreute Weihnachtsbuden sehen sich offenbar nicht zu einem speziellen, klar eingezäunten Weihnachtsmarkt zugehörend und kontrollieren ihre Kundschaft oftmals gar nicht auf 2G, so Herr Könensken. Wie ist da die Rechtslage, so fragt er. Ja gut, also Weihnachtsmarkt ist Weihnachtsmarkt. So, und auf dem Weihnachtsmarkt gilt 2G. Wir stellen uns das ganz praktisch vor, sie haben eine Fußgängerzone, da stehen ein paar Weihnachtsmarktholzhäuser mit ihren Produkten und die Leute gehen dran vorbei, weil sie auch einkaufen gehen in der Stadt. Dann ist natürlich die Frage zu identifizieren, ist das ein Besucher des Weihnachtsmarktes oder geht der gerade nach Edeka, um sich Äpfel zu kaufen, was ein Nichtgeimpfter ja darf, nicht so einfach zu beurteilen. Aber stehen die Menschen an einem Glühweinstand oder an einem anderen Stand dieser Kirmes, meinetwegen, was weiß ich, Bratwurststand oder so. Dann ist aber offensichtlich, dass er nicht beim Einkaufen ist. Und ich glaube, dass die Ordnungsämter genau in diesen Fällen, wo wir es mit nicht eingezäunten Weihnachtsmärkten zu tun haben und ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder Weihnachtsmarkt eingezäunt sein muss, dass dann eben Ordnungskräfte mit gesundem Menschenverstand das schon ganz gut hinkriegen, um deutlich zu machen, dass es hier einen Unterschied gibt. Dann fragt Maximilian Plück von der Rheinischen Post. Wie steht das Land zu einer Maskenpflicht in den Innenstädten mit Blick auf den höheren Andrang im Weihnachtsgeschäft? Wenn Kommunen das wollen, machen wir das. Also wir haben, ich habe ganz klar eine Linie im Gesundheitsministerium, dass wenn Kommunen aus ihrer örtlichen Kenntnis heraus zusätzliche Schutzmaßnahmen wollen, machen wir das auch. Oder wir machen es ja gar nicht, die Kommunen machen es und wir widersprechen es nicht. So ist ja die Regelung im Rechtsverhältnis dazu. Dann zum Komplex Schule. Fragt einerseits Herr Krebers vom ZDF und auch Herr Plück von der Rheinischen Post. Herr Krebers fragt das Land Brandenburg. Setzt die Präsenzpflicht an Schulen aus? Ist das ein denkbarer Schritt für die kommenden Wochen, um Ansteckung vor dem Weihnachtsfest zu vermeiden? Also bei den jetzt in Nordrhein-Westfalen vorhandenen Inzidenzen ist das nicht notwendig. Wie sich die Inzidenzen in den nächsten vier Wochen, also bis Weihnachten entwickeln, kann ich auch nicht vorher sagen. Das muss man immer von der Lage entscheiden, die wir letzten Endes dann insgesamt haben. Wir können uns aber auch nicht mit Brandenburg und vielen anderen vergleichen. Ich sage noch einmal, Nordrhein-Westfalen ist bei der Durchimpfungsrate, bei den über 18-Jährigen war deutlich über 85 Prozent. Wir haben bei über 10 Prozent mehr geimpft wie die süddeutschen Länder. Das, glaube ich, ist der Grund, warum es zurzeit in Nordrhein-Westfalen noch ein deutliches Stück mit den Inzidenzen tiefer ist wie im Schnitt der bundesländischen Deutschland und wie vor allem auch in den östlichen und südlichen Bundesländern. Deswegen ist das auch gut, dass diese Freiwillen von Land zu Land entschieden werden. Dann Fragen zum Komplex Impfpflicht. Herr Plück, Herr Vogt, Kölner Stadtanzeiger und Herr Krebers. Ich frage mal nacheinander. Gerhard Vogt fragt einfach, sind Sie Ihr Minister für eine allgemeine Impfpflicht? Und daran anknüpfend Herr Krebers ZDF. Herr Minister, Ihr Kabinettkollege Joachim Stamp hat sich jetzt als einer der ersten führenden FDP-Politiker offen für eine Impfpflicht gezeigt. Er persönlich könne sich dies vorstellen. Ein Verfassungsrechtler habe ihn am Wochenende überzeugt. So, Herr Stamp, gestern Abend in der ARD, sagt Herr Krebers wiederum. Hat Minister Stamp Ihnen sein Umdenken bereits erläutert? Nein, ich habe ihn seit gestern Abend nicht gesehen, aber ich sehe ihn gleich in einer guten halben Stunde im Kabinett. Also, ich sehe das mit der Impfpflicht so. Wir haben ja, ich habe auch an dieser Stelle sehr oft gesagt, wir machen keine Impfpflicht. Jetzt ist es ja immer so, dass eine Debatte auch weitergeht. Und es gibt schon eine Stimmung, die nehme ich auch wahr, bei geimpften Menschen, die sagen, es kann auch nicht sein, dass deswegen ein bestimmter Prozentsatz von Menschen wir einfach aus dieser Sache nicht rauskommen. Und das führt natürlich dazu, dass es darüber eine Debatte gibt. Eine ganz konkrete ist ja aus der MPK beschlossen worden, dass der Bund prüfen soll, gibt es rechtliche Möglichkeiten, eine Impfpflicht für Personal in Einrichtungen, wo Menschen leben, die besonders betroffen werden, wenn sie erkranken, also vorbelastete Menschen. Das ist ja vor allem in den Altenheimen der Fall, in den Krankenhäusern der Fall, in den Einrichtungen, wo unsere behinderten Menschen teilweise leben, soll es eine Impfpflicht geben. Das wird jetzt ja von Seiten der Bundesregierung geprüft. Aber die MPK hat ja im Grunde gesagt, politisch wollen wir das, gucken mal, ob es geht. So, da wird es dann ja eine Antwort geben. Das kann ja auch nur der Deutsche Bundestag beschließen. Der zweite Punkt ist, dass wir ja schon, wenn man mal sieht, Stand heute und Stand vor drei Wochen, eine erheblich breitere Diskussion über die Impfpflicht haben. Und ich finde, dass Henrik Wüst das richtig beschrieben hat, indem er gesagt hat, diese Diskussion ist richtig, die muss auch geführt werden. Da muss auch jetzt mal die Frage der auch der Verantwortungsethik oder überhaupt der Ethik eine Rolle spielen in der Bewertung. Und ich glaube, diese Diskussion sollten wir uns mal nicht eine Ewigkeit, aber ein bisschen gönnen. Denn wenn man den Schritt geht irgendwann, ist es wichtig, dass man das gut ausdiskutiert hat. Nicht ewig, nicht um sich vor der Entscheidung zu drücken, aber dass man dann auch eine gewisse Akzeptanz in der Öffentlichkeit für einen solchen Schritt hat. Und was ich überhaupt nicht beurteilen kann, ich, Kai Josef Laumann, auch als Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen nicht, ist, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es überhaupt, das Gerichtsfest zu machen. Auf jeden Fall eins ist ja klar, finde ich, aus meiner Sicht als Gesundheitsminister. Wenn wir die Pandemie nicht in den Griff kriegen, wegen eines gegenwürdigen Impfen, doch sehr kleinen Teil der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen, dann ist natürlich das, was wir jetzt diesen Winter wieder erleben, vielleicht auch nicht erstrehen, das wird das nächsten Winter wieder erleben. Und vielleicht kriegen wir es ja auch so hin. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst, da habe ich mich wirklich heute Morgen sehr darüber gefreut, dass gestern eben doch diese relativ hohe Anzahl an Erstimpfungen in Nordrhein-Westfalen war. Vielleicht ist es ja auch so, dass die 2G-Regelung bei Menschen, die noch nicht geimpft sind, vielleicht auch dazu führt, ihren Standpunkt nochmal zu revidieren und zu überdenken. Ich meine, ich kann mir das ja richtig vorstellen, wie das ist. Wenn du nicht geimpft bist, hast du dich wahrscheinlich schon an tausend Stellen dafür gerechtfertigt, dass du es nicht bist und erkundet, warum du dich nicht impfen lässt. Das muss erst mal von so einem Standpunkt wieder runter, auch in das ganze Umfeld, wo du so lebst. Ist doch klar. Und das fällt Menschen immer, egal wen, mit welcher Position, manchmal nicht leicht, wenn man sagen muss, ja, ich muss doch in dieser Frage zugeben, dass ich jetzt über Wochen einen falschen Standpunkt vertreten habe und mache jetzt das Gegenteil von dem, was ich über Wochen gesagt habe. Und das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich als Politiker sagen. Ich meine, ich bin Gesundheitsminister während dieser gesamten Pandemie im größten Bundesland. Und auch andere Politiker, ist ja nicht nur die Gesundheitspolitik gewesen, wir haben gesagt, wir machen keine Impfpflicht. An diesem Punkt merke ich ja auch, wie es mir so geht, wenn ich jetzt sagen muss, es geht nicht mehr anders. So, und deswegen kann ich mir da auch ganz gut reindenken. Das ist ja ganz logisch. Im Übrigen wollte ich mal behaupten, wenn man schon vor einem halben Jahr über eine Impfpflicht geredet hätte, was dann passiert wäre. Ich meine, wenn du eine Impfkampagne machst und über ein halbes Jahr den Menschen eher erklären musst, warum sie nicht geimpft werden können, weil der Impfstoff nicht da ist. In so einer Situation, eine Debatte über eine Impfpflicht war ja auch vielleicht nicht ganz von der Kommunikation her überhaupt denkbar. Und ich habe auch geglaubt, das sage ich ganz offen, so groß wie der Druck auf das Impfen war und man ja den ganzen Tag nur bombardiert wurde, warum werde ich nicht geimpft, warum werden die anderen geimpft, warum zieht ihr die vor? Sie können sich an diese ganze Priorisierungsdebatte erinnern. Habe ich auch nicht für möglich gehalten, dass wir Bundesländer haben, wo sich etwa die halbe Bevölkerung nicht hat impfen lassen. Ich meine, wir liegen in Nordrhein-Westfalen, das muss man jetzt auch mal in unserem System sagen, den Menschen, die das Impfen gemacht haben, den Ärzten, den Impfzentren, den Ärztinnen, den Krankenhäusern, aber auch unserer Bevölkerung. Wir können uns mit unserer Durchimpfung sehen lassen. Wir sind immerhin ein Land mit den größten Ballungsgebieten Deutschlands und haben trotzdem die dritte oder vierte höchste Durchimpfungsrate in ganz Deutschland. Dann haben wir noch einige wenige Fragen. Frau Altenkamp hier dazu, Ihre Frage haben wir gesehen, reichen wir damit nachher nochmal nach. Dann fragt Herr Wernicke auch nach Herrn Stamp und der Impfpflicht, das ist glaube ich beantwortet. Dann Herr Plück von der RP nochmal, bleibt das Land angesichts der Lage dabei, dass eine Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht unnötig ist, so wie Herr Plück es formuliert. Ja. Klare Antwort. Die nächste Frage von Alexander Schäfer vom Westphälischen Anzeiger. Gilt 2G nur für die Besucher von Sportveranstaltungen oder sind damit auch die Amateursportler selbst gemeint? Die Amateursportler sind damit auch gemeint. Gut, dann wenn ich mir den richtigen Überblick hier... Ah, Frau Koch, die darf ich nicht übersehen und das tue ich auch nicht. Sie haben die nächste Frage. Frau Koch. Sie sagten ja gerade, Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht ist aus Ihrer Sicht stand jetzt unnötig. Aber was ist denn anders? Nach den Sommerferien war die Inzidenz im Land ja auch schon mal um die 200 und damals hielten Sie es nicht für verantwortbar. Was ist jetzt anders? Warum Sie anders als anders? Der Unterschied zwischen Nordrhein-Westfalen von damals und heute ist, dass wir in den Schulklassen nicht zweimal die Woche, sondern dreimal die Woche testen. Ich habe heute gehört, oder gestern, dass ein benachbachtes Bundesland nur einmal die Woche testet, Rheinland-Pfalz. Also wir haben im Grunde genommen uns die Entscheidung, die Maskenpflicht am Sitzplatz nicht zu machen. Ich will nicht sagen, er kauft, das ist jetzt der Quatsch, aber die Gegenmaßnahme war, wir erhöhen die Testfrequenz, um das verantworten zu können. Das war die Entscheidung, die damals zugrunde lag. Frau Koch, bitte. Noch eine Frage. Sie sagten gerade, Sie wollen die Kommunen unterstützen, damit sie tatsächlich auch kontrollieren, dass die jetzt geltenden Maßnahmen umgesetzt werden. Wie konkret werden Sie da unterstützen? Ja gut, also wir sind zurzeit dabei, das in der Landesregierung zu erörtern. Wie macht man sowas? Man unterstützt natürlich, indem man Kosten übernimmt für Personal, denke ich. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Und da sind wir zurzeit in einer Abstimmung zwischen Gesundheitsministerium, Kommunalministerium, Finanzministerium. Und am Ende entscheidet das ja der Haushaltsausschuss des Landtags. Genau. Der Ministerpräsident hatte dazu ja einen Austausch mit den Kommunalen Spitzenverbänden am vergangenen Freitag. Die nächste Frage kommt von Herrn Plück nochmal von der Rheinischen Post. Er fragt, welche weiteren Berufsgruppen sollte man erlauben, in die Impfung einzusteigen? Ja, da habe ich eine klare Meinung. Ich vertrete schon seit Beginn dieser Pandemie die Meinung, dass es zum Beispiel möglich sein müsste, doch zum Beispiel Zahnärztinnen und Zahnärzte in die Impfkampagne einzuschließen. Das ist zurzeit nicht möglich. Das BMG hat das auch nicht möglich gemacht. Ich glaube schon, das sind immerhin die größten, also die meisten Arztpraxen, die wir neben Hausarztpraxen haben. Und es ist jetzt ja durch den MPK-Beschluss so, dass das sich jetzt nochmal im BMG angeschaut wird. Welche Gesetze müssen dafür geändert werden? Aber generell muss man einfach darüber auch dann nachdenken. Mein Standpunkt war da immer klar, dass ich schon der Meinung war, dass wir Ärztinnen und Ärzte aus allen Fachrichtungen die Möglichkeit geben sollten, an der Impfkampagne sich zu beteiligen. Und da, wo die Frage in anderen Bundesländern, Kollegen von mir springen immer wieder das Thema Apotheken ins Spiel, hätte ich auch kein Problem mit. In der jetzigen Situation ist natürlich alles, was impft, das verantwortbar macht, richtig. Zumal wir jetzt einfach eine Situation haben, die ist einfach anders, wie sie im Frühjahr war oder auch im Frühsommer war. Jetzt ist nicht das Begrenzende der Impfstoff. Wenn Sie Moderna und Biontech zusammennehmen, ist Impfstoff in genügendem Ausmaß da. Es sind die Ressourcen, die wir in der Frage brauchen. Der niedergelassene Bereich macht da einen tollen Job. Ich meine, die 120.000 Impfungen gestern, davon ist ja auch ein großer Teil im wiedergelassenen Bereich. Wir sind dabei, die kommunalen Strukturen aufzubauen. Die sind auf vielerorts da, wo erheblich jetzt auch die Kommunen mit dezentralen Angeboten ins Impfgeschehen eingreifen. Und wie gesagt, wir müssen einfach in der Woche Nordrhein-Westfalen auf 850.000 Impfungen kommen, sonst schieben wir irgendwann eine Bugwelle vor uns her. Das kann man sich einfach angucken an die Zahlen, wie viele Menschen wir vor sechs Monaten geimpft haben. Wenn man mal die sechs Monate als eine Richtzeitraum sieht, wo man sich um eine Drittimpfung kümmern sollte. Und wenn wir ein bisschen höher kämen, wäre es auch gut. Wir arbeiten dran. Aber Sie wissen ja, dass ich die Dinge nicht erst Zahlen in den Raum stelle, wenn ich sie nicht habe, sondern ich komme lieber dann und erzähle Ihnen das, was Sie hingekriegt haben. Das ist ja auch eine Lehre aus der Pandemie, dass dieses Ankündigen, was man noch nicht hat, uns manchmal auch nicht immer genützt hat. Aber ich glaube, in NRW haben wir es auch nicht gemacht. Dann noch weitere Fragen. Herr Vogt, Kölner Stadtanzeiger, dazu wurde schon ausgeführt, Friseurbesuche, da gilt 3G, das hat der Minister gesagt. Und Herr Krebers vom ZDF fragt, kein 3G nun im ÖPNV. Warum wird es dazu nicht kommen, fragt er. Friseurbesuche, verstehe ich jetzt nicht. Ja, genau. Das ist eine bundesgesetzliche Regelung, sagt er. Genau. Aber 3G gilt doch im ÖPNV. Das ist doch vom Bund für ganz Deutschland geregelt. Ich unterstelle sozusagen, Herr Krebers hat es in der Pressemitteilung vermisst, aber es ist eine bundesgesetzliche Regelung, die da getroffen wurde. Und damit wäre das auch beantwortet. Steht aber nicht in unserer Corona-Schutzform, woanders geregelt ist. Genau. Dann sehe ich hier keine weiteren Fragen mehr. Dann darf ich mich bei Ihnen, Herr Minister, herzlich bedanken und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Schönen guten Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.